Nach der gestrigen Brandkatastrophe im Winzensheim in Eck trägt eine ganze Region Trauer. Die Straßen in Eck sind wie leergefegt. Um 12 Uhr mittags wurde eine Gedenkminute für die Opfer, die 11 Toten, abgehalten. Hier vor dem Winzensheim wurde für jeden Bewohner eine Kerze aufgestellt. Immer wieder treffen betroffene Menschen beim Winzensheim ein, um ihre Trauer und Anteilnahme zu bekunden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017